Hallo Leute, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und ich habe jetzt hier so einen Hof auf Revenport. Einen Hof mit drei Feldern hier vorne. Dann habe ich noch zwei Felder im hinteren Bereich. Ich habe noch Feld 19 und zwei Feld 23. Das sind 24, 25 und 26 hier vorne und da können wir jetzt beim Bessert auch schauen. Also laufe ich mal darunter. Wir haben also jetzt 36. Also was haben wir jetzt hier? Wir haben also jetzt die Gäste gesät. Ich brauche Kalk der Boden, sagt er. Ich brauche Kalk. Und da haben wir auch Gäste gesät. Und da haben wir vier Gäste gesät. Und da haben wir 50% Düngung. Das heißt, was wir mal nachschauen. Ich musste also überall mit dem Wachstum, musste also hier ihre Bodenbeschaffenheit. Ich müsste also hier eine zweite Düngung, vier Felder mit zweiter Düngung machen. Also das erste, was ich würde machen sollte. Erstmal den Däcker anschicken und die Düngung machen. Und ähm, den Dünger habe ich schon hier. Den habe ich schon hier. Ähm, ich habe genug Düngung drauf. Ich hoffe doch. Ich muss jetzt mal so runterfahren hier, dass ich den Anfang des Feldes setze, den Tag drauf mit dem Dünger auf. Und dann. Und dann schauen wir mal so langsam, dass ich jetzt hier in den Anfang komme. So. So. Die muss gedüngt werden. Das ist jetzt der Felddünger. Das heißt, unten bin ich schon drauf. Ne. Ich muss noch ein Stück weiter fahren, damit die Räder hier noch auf dem Feld sind. So. Und ähm, damit er weiß, was er tun soll. Und dann soll jetzt hier. Das Felddünger macht er. Jetzt brauche ich keins im Moment. Ich kann noch vergessen. Egal. Dann dünkt er halt eben mit Licht. Wenn ihm das mehr Spaß macht. Also jetzt wird das Feld gedüngt. Und ähm, das können wir auch beobachten gleich. Man sieht also da. Man sieht also da. Feld 23. Wie schon ein weiterer Stafel gedüngt worden ist. Und jetzt wird den zweiten. Dann würde ich die anderen zwei Felder auch machen. Dann habe ich noch. Ähm. Dann müsste ich noch die Zuckerrüben aus dem Boden holen. Dazu werde ich mal den anderen Helfer ansetzen. Warum ich noch mal so eine Helfer hier nicht da. Einen Helfer werde ich mal für die Zuckermaschine setzen. Dann werde ich die Zuckerrüben mal rausholen. Und dann werde ich noch mal die Zuckerrüben. Ja, hier will ich aber gern schön. Ein Blickfeld ist jetzt drängen. Und dadurch wissen wir die Hälfte nicht war. So stellt man hier runter. Zumal noch Zuckerrüben. Alte Maschine, die ich jetzt neu gekauft habe. Also nicht. So brauchen wir alles kaputt. Also zur Zuckermaschine wollte ich fahren. Die steht da hinten irgendwo. Die muss ich jetzt mal holen. Dazu werde ich mal weg. Immer kurz die Perspektive. Dann möchte ich die hinten. Da hinten steht ja der. Und ein bisschen abseitig komme ich da an. Ich hoffe doch, oder? Dann muss ich jetzt hier dann vorbei. Hier möchte ich jetzt noch reinfahren. Den herholen. Okay. Hier möchte ich die Neue jetzt anschließen. Hatte ich geklappt. War klar. Ich klappt dann immer nicht, wenn ich irgendwas für und vor habe. Also. Ich klappt wieder nicht. Was ist los hier? Jetzt haben wir. Jetzt haben wir ihn. Okay. Jetzt muss ich hier dann vorne vorbeifassen. Und so. Und die Zuckerrübenmaschine vorne ansetzen. Damit die Zuckerrüben. Ähm. Jetzt muss ich hier vorne. Jetzt muss ich mal groß sein. Und dann möchte ich den jetzt hier. Auf die Zuckerrüben ansetzen. Hier vielleicht stehe ich gleich auf die ersten vier Reihen. Okay. Dann müssen wir das hin. Ich bin schon drauf. Hm. Dann können die Dien runter machen. Die machen wir runter. Die machen wir runter. Dann mach ich schon. Und das sind dann schon mal die ersten vier Reihen. Dann müssen wir jetzt hier. Okay. Dann müssen wir die Fälle runter. Okay. Dann müssen wir das in der Kräte zur Verfügung stellen. Brauche ich die Taktur? Brauche ich noch? Dann bin ich schon fertig mit dem Dünger. Okay. Dann können wir jetzt hier mal sehen, dass wir jetzt hier irgendwie rauskommen. Rutschen jetzt hier ganz weit oben. Also, hier haben wir das Fretchen jetzt gedüngt, jetzt verdüngen wir die anderen drei Fretchen. Und dann brauche ich einen dritten Traktor, um die Sachen wegzufahren. Dazu möchte ich nämlich dann den Grasmeier. Den Grasmeier-Traktur, drei Takturen sind zu wenig. Ich bräuchte noch einen Fitten. Also, machen wir jetzt hier ein, dann irgendwo mal das Fretchen. Und hier weiter, hier weiter fahren natürlich. Wenn die so reinfahren, gebe ich jetzt hier drauf oder nicht. Und dann werde ich das auch reinschalten. Und dann kann ich auch mal schreiben. Wir sehen, dass es verdünkt. Okay. Die Waren gebe ich auch schon die Bunde auf. Und, okay, dann fangen wir mal zu dem Sektor, genau, zu dem Bötchen, nee, zu dem Bötchen, und dann setzen wir den hier ab. Dann setzen wir den hier ab, den Bötchen, und den Bingen hier ab. Und dann können wir die Taktur, die ich habe. Und dann können wir, wenn wir die Taktur quasi an die Bären hängen, um, um, um zu beurauern, um einen Check-Taktur, die ich habe. Dann kann ich den Garninen. Und dann ten wir mal zwei jetzt auf. Bei mirٍ gibt es dann D bir Mic und wie wäre es. Dann das jetzt alles bien. Wir machen Dib-Dob city Muchengek. Und wir machen ihr dieses $4全, bei Uber Honey oder sieолодКirchen oder fahren Bahrer für Eure altro oder auch Teil起來. Und dann kann man diesen nicht alles übrigens schon fertig, denn eine Reihe schon, kann das sein, also da, ich hab den erst mal hingesetzt hier und dann ist die erste Reihe schon voll, das sieht so aus, das sieht so aus, also, jetzt kann man sehen, das sehe ich schon, ok, 10x, jetzt sehe ich ja was, geht ab, dann kann er weiterfahren, also die ersten 6 Tonnen, oder 6,7 Liter, werden schon mal geladen, da ging was daneben, ok, ich komme gleich wieder, in der Zwischenzeit einzuteeren, Asi geht um Take off fordrufsigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigat Vielen Dank. 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 Okay. In der Mitte. Okay. Hier wird ja gar nicht blockiert. Okay. 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 Jetzt haben wir den hier oben auch gedüngt. Okay. 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 Und dann fahre ich jetzt hier mit dem. Okay. 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 Okay cool. Das war meine Seite zum H-Fenspeichern. und zum Hafenspeicher die Tübe rum hinbringen, 13 Tonnen, also 18 x 3, 18 x 3, 54, 5400 das war verkehrt, das ist ja fast verpasst, also spät, hier müssen wir jetzt hier drauf, da fangen wir jetzt hier oben, und dann fangen wir jetzt hier ein, so hier ein, wo es ist, hier muss man fahren, in order von dem hinterher, Und die Bohnen, ich kann dann fast sie oder wie, ich muss sie ja so, und, okay, Okay, wenn wir die Zukunft machen, das heißt 6,7, knapp 6,7 so ungefähr, solltet ihr das bringen, denke ich mal, und wie soll es jetzt hier, da sind wir, gehen, dann hängen wir die Map, dann hängen wir die Map, ich war in die Zügegruben ausgeladen, und dann kommt die Strecke mal oben, das habe ich 5,600, okay, das war zu erwarten, keine Überraschungen, 5,600 für diese Sachen, für die erste, für das erste Feld, aber ich sag mal, für die Zügegruben 5,600, sonst bekomme ich keine 5,600 für ein Feld, und ähm, also eine Ernteattach kann ich mal, weil der Herbst hat nicht so viel gebracht, und dann müssen wir das schon mehr und weiter sein, und dann kriegen wir das nur, wenn der Preis gut ist, ja. Und das gibt dann nochmal, nochmal eine Fuhre, und das 10.000, vielleicht 10, 14.000 über das Feld für das große, und die Zügegruben, das heißt, Zügegruben hantieren sich, das lohnt sich, und ähm, so habe ich jetzt meine Unkosten noch nicht rein, aber lange nicht, dann muss ich das Zimmer ernten, und wieviel? Noch länger. Die Ernte und sehr gut und so, das rechnet sich erst nach vielen Generationen, nach Jahrzehnten, Und wenn man das Zimmer Eintrag kriegt, für eine Saison, dann muss ich ja 10 Erfahrung, um was zusammen sofort bekommen. Ja, also, das heißt, haben wir die Feuerhäuser jetzt halt bearbeitet, was machen wir an Hühner, und ich hätte bedürdig sein, also, jetzt kann ich vielleicht den echten Grundtank wie abdenken, ob der hängt jetzt fest, könnte auch sein. Also, 12 Uhr, ich habe noch kein Bein heute gefahren, nichts, bin nur mit der Ernte beschäftigt, nur mit den Zügegruben, da stehen wir also, hier, und, äh, warten jetzt auf Abholung, und dann denken wir den hier ab, ja, dann denken wir den jetzt hier ab, ok, weiter, 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 da sind wir, und jetzt wird er abgeladen. Okay, den fangen wir jetzt hier an die Seite, und, äh, dann tun wir was hier weiter passiert, und, äh, okay, da haben wir den, wie hier ist es dann, was machen wir an die Seite, der eckert hier, das ist hier der eckert, ok, der steht hier vor oben, und der, hat hier was eingangs, der hat den Dünger drin, und der Dünger sollte, mit dem Dünger sollte ich vielleicht mal Nachschub holen, damit fahre ich mal zum Shop, holen wir mal Nachschub an Dünger. Ich hoffe mal, viermal Nachschub holen, so, wie es so viel noch geht, und dann viermal könnte ich nachschub holen. Die Dünger brauche ich hier doch dauernd. Sind da 8000 Euro, vier, vier Packen, das sollte reichen hierfür. Der Korntank ist schon wieder vor, du gehst mit dem, neuen Korntank. Ich muss jetzt hier mal zum, zum Shopper an, und, ähm, dann kommen wir im Shopper jetzt mal Dünger, und, ähm, ja gut, dann verdient der Helfer in der Zwischenzeit auch mal was, dann auch mal eine Pause machen, und so, ich mache aber die, aber das ist einfach, der hat den vollen Korntank, ok. Also, da scheint dem Simulator auch Spaß zu machen, mich hier dann zu scheuchen, wenn ich irgendwas mache, dass mir eben was vom vollen Korntank erzählt. Ok, jetzt fangen wir erstmal dorthin, und, ähm, dann fangen wir erstmal hier, hier machen wir erstmal den Shop, da sind ein paar Ketten hin, Pick Pick, und dann baue ich die Mini-Herr-Dünger, da haben wir Mini-Herr-Dünger, 19.40, für, wie sind das, wie sind das, wie sind das, dass das das denn war, ok, kaufen, ja, ok, nochmal kaufen, ja, ja, ok, nochmal Jetzt nehmen wir Platte und da haben wir noch einen, ja, okay, haben wir, okay, jetzt haben wir wieder mehr Packen, 4 Stück, ne, und, äh, jetzt okay, da stehen ja so 5 Packen der Zucker, die baue ich gar nicht, dann fangen wir das dann, schleifen wir da mal vorbei, und dann nehmen wir das jetzt wieder eingeladen bekommen, 2, 4, 5, soviel, und dann fangen wir weiter, also, einmal bitte, seht auf, ja, sehr, 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 dann kommen wir weiter, zum zweiten, dann nehmen wir den auch auf, Zucker ist hier, und dann zum dritten, der Zucker ist hier, und davon noch weiter, das ist ja auch nicht, jetzt können wir den auch kriegen, und da sind wir immer noch nicht voll, da sind wir immer noch nicht voll, und wir haben schon mal, die maximal sind, das reicht, also, wir haben die Fahrt, die Heimat, und, ähm, dann haben wir hier jetzt mal die Dürung, okay, hier gehen wir mal kurz springen, anhalten, dann springe ich mal zu den anderen hier, und dann lad ich mal den Kontakt ab, wo muss ich jetzt auch gerade anwenden, wie auf der Seite, also, es geht ja verdammt schnell hier, das ist mal so, okay, dann haben wir zwölf Stunden, gleich vor allem, also, ich schätze, das Feld gibt so 54, 60, die da rauf gehen, ja, wie da oben das Feld auch, oder da oben die Felder, ich hatte ja ein großes Feld dort oben, das hat ja auch zu 60 Stunden gestern gebracht, da kann ich dann zweimal, dreimal, dreimal fahren, bei dem Preis werden das fast 15.000 Euro, die das Feld anbringen, und mehr Arbeit hatte ich jetzt auch nicht gemacht, sind wir wieder hier, in die Heimat, okay, dann haben wir den Tank, also gut gefüllt, den Dürunger Tank, und, ähm, jetzt mal zwar meistens Ölsaat, aber Ölsaat dauert immer länger, Ölsaat dauert länger, als in der Haltung, obwohl ich jetzt schon immer sehr früh unterkuppere, das können wir dann heute auch machen, dass ich vielleicht dort gleich wieder, da muss ich jetzt mal kooper, ne, und, äh, da muss ich kooper, glaube ich, wenn ich dann die nächste, ich kenne nicht mehrmals in den Rübenpflanzen, glaube ich, ne, also was ich kenne, wäre vielleicht, dass ich dann dort jetzt mal Ölsaat mache als nächstes, und, äh, Ölsaat dauert. Und, äh, Ölsaat dauert. Ich bin hier fast vor dem Dürunger Tank, als wenn ich nicht habe, wenn ich nicht habe, wenn ich nicht arbeiten, dass ich nicht daneben stehe, durfte ich warte. Also, kommen wir jetzt mal hier hoch, die müssen irgendwo hochfahren, die müssen irgendwo reinfallen, die fahre ich schon rein, und dann, die stehen jetzt hier so dahin, ok, jetzt haben wir hier den vollen Dürunger Tank, vollen Korntank haben wir auch, den haben wir gegessen besorgt, wo wir den abhängen. So, wir sehen, wie geht's jetzt weiter, wie geht's jetzt hier weiter erstmal, das sind meine Felder, die Felder sind proper, und das Felder oben wird abgehend, dann kommt der Dürunger drauf, gleich kommt der Geräusch drauf, ok, dann kommen wir mal jetzt hier, wie wir jetzt zum Sommerzeugstück, dann kommen wir mal zum Poli-Contact-Fan, also, müssen wir auf der anderen Seite fahren, also, das rentiert sich eigentlich mal mit dem Dürunger, weil so viel ruhig ist, das kam fett aus, egal was für Fernseher, ich hoffe, dann nicht so viel hatte, ok, das sind 18 Tonnen, da kann ich gleich nochmal fahren, wo sind wir bei Zugrüben, wir sind bei den Verkehr, Zugrüben, da haben wir Zugrüben, 300 Hafenspeicher, Hafenspeicher hat es immer 300 Hafenspeicher, also, haben wir noch mal zum Aufenspeicher, also dann, ok, jetzt mal zum Aufenspeicher, immer 300. Die zweite Fuhre, 36 haben wir schonmal, die drüge gegen 100 zusammen, 54, und dann müssen wir mal sehen, was wir dann noch kriegen, also, da bin ich ja nur auf der anderen weggefahren hier, bei Zugrüben, bei dem Feld, ja, also, Zugrüben sind eigentlich täglich, weil ich ja kurze Fälle habe, aber wie ich ja schon gesagt habe, bei den Mengen hier, ich meine 20 Tonnen hier, das ist fast eine Zumutung. Also, wieder zum Hafenspeicher, das ist mein Aufenspeicher, das ist mein Aufenspeicher, das da, das ist mein Aufenspeicher, das ist mein Aufenspeicher, ja, jetzt bin ich ja noch aufs gesagt, dass ich nur eine Schwierigkeit finde, in mich durchzuführen. Ja, also, die zweite Runde. Ich habe hier ein. Ich habe hier ein Schind. und die Bude der unterbohin hier fahren. Ich würde auch gerne meinen fahren aber, das ist ja meinst du. Okay, wir sind jetzt. Ich würde schon weiter, ja, das ist einfach. also Nipan und dann führt das aus ja, was gehen wir? 5400, aber ok, das heißt wir haben heute schon 10.800 und dann würden wir am nächsten Mal vielleicht nur 200 bekommen, bei der Zeit noch einen guten Preis, die der Haftensprecher, gehen die Zeit nur 222 und ja, wenn ich jetzt da bin, das ist wie ein Grundsprecher voll, ich wünsche mich ja, dass die überhaupt mich nicht nervt, die unterwegs, die vollen Grundtank, ja, also Zuckerung lohnt sich, jetzt nicht gedacht, Kartoffeln war klar, aber jetzt hier bei den Zuckerüben, da habe ich die doppelte bis dreifache Menge, Volumen und wie schafft eigentlich der Kartoffelalter, 10.000 Tonnen oder, weiß ich nicht, da habe ich ja nicht die Beispiele zu sehen genommen, also, ja, ja, haben wir hier rum, dann hier unter, ja, Ravenport, Rabennest, sag ich mal, oder Ratennest, oder wie immer, Ende der Welt hier, in tiefen Lochgründen, und ich versuche mich ja hochzuarbeiten, und äh, auch in die mittlere Lage vorzustoßen, ich habe ja schon mal besuchsweise mittlere Lage, da habe ich mir, das war einiges, aufgekauft in den Mitteln, aber, ja, heute könnte ich auch wieder ein Grundstück kaufen oben, ich habe da auch 64 Euro Schulden, und, äh, damit könnte ich eigentlich einen Grundstück kaufen, da steht er wieder, und wartet, dass ich ihn abgedrängt habe, also, wir wollen da mal gleich hin, wir wollen nicht zuhören, wir wollen den nicht warten lassen, okay, hier muss also abgedrängt werden auf der Seite, und, äh, das machen wir jetzt mal gleich, das machen wir mal gleich, Okay, wieder 6.000 Tonnen, also 36 Tonnen haben wir schon, gehen wir jetzt auf die, die 54, 5.400 Tonnen, 18 Tonnen, 36 Tonnen, dann fangen wir hier mal, dann fangen wir hier mal, rüber, damit wir den nicht im Weg stehen, so, und, äh, ja, weiter, also, was gibt es weiter zu tun, Was macht er jetzt hier, ja, okay, steht da voll rum, und, äh, der, der steht jetzt in der Mitte des Hofes, und vor Ort sich, so ein Kogel jetzt hier, okay, was haben wir jetzt hier weiter, was haben wir weiter hier, und, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die haben wir jetzt abgedrängt, und, äh, und, äh, da oben, haben wir Felsfrüchte, die sind praktisch ungisch, und, äh, die sind nicht dschungelangisch, aber, das Fels ist abgedrängt, und, äh, da müssen wir noch ein bisschen was warten, aber, woauf halten wir dann heute, heute noch, oder, morgen, da haben wir was in der Rot, Rot entfernen, also, das könnte ich auch kaufen, und ich möchte jetzt mal hier, vielleicht noch mal 15 wieder kaufen, was bekomme ich da, Weizen, oder, da habe ich Weizen, Weizen kann ich auch gebrauchen, ich fress meine Hühner auch gerne, also, aber hier werden ich die nicht schon, jetzt bin ich jetzt mal im Vorhof vor, oder, zum Beispiel, die sind noch nicht ganz hartereif, aber ich könnte das schon mal, ich könnte das jetzt schon mal kaufen, im Momentum, ja, dann kaufen wir das jetzt immer, aber wir haben jetzt gar kein Geld zu kaufen, das kostet nur 15.000, dann müssen wir erstmal wieder mit zwei Geld schneiden, dann müssen wir 130.000 haben, und jetzt sind da jetzt 140, ok, machen wir das, dann wechseln wir mal zu dem Spiel, und dann kaufen wir jetzt das Feld da oben, dann kaufen wir jetzt das Feld, also, mit der X, jetzt kaufen wir jetzt das Feld, jetzt kaufen, ja, ja, möchte ich, jetzt haben wir das Feld da oben, und das heißt, ähm, ich könnte schon mal, den Däscher da auffahren, und dann könnt ihr, in der, in der, in der Rezepte, wenn das so weit ist, da steht hier in der Fall oben, und dann, also, wo haben wir den Däscher, da haben wir den Däscher, ne, da haben wir nicht, das ist ein bisschen viel voll, was für ein Schubi geht hier auf, auf Appeladung, oder wie, ja, genau, was für ein Schubi geht hier auf, auf Appeladung, auf Abtänkung, also Tänkung, die wir abgeben, ok, hier, da kennst du nix, ja, aber man, kennst du dich ja bei Rotten, weil, 12.000, bei dem hängt ein bisschen darunter bei ihm, und dann sind wir fertig, der bringt noch hier, also, was wollen wir jetzt hier, wenn wir hier unten sind, stellen wir erstmal, da wollte ich mit dem Däscher, mit dem, wo ich jetzt mal losfahren, gerade 15, in meinem neuen Feld, da oben, diese selbstständig mal hier, die Ertüchtung, die Perspektive ändern, die Lichtperspektive, dann fahren wir jetzt da auch, und, äh, dann sollen wir das abenden, wenn das fertig ist, das haben wir jetzt, 17 Uhr am Abend, ja, für heute habe ich das nicht mehr, aber dann habe ich den schon mal oben, dann habe ich den schon mal oben stehen, und, ähm, heute schaffe ich noch hin, wenn ich, bin fertig jetzt hier, ich habe keinen Ballen heute geboren, nix, gar nix hier, ich glaube, ich bin 17 Uhr und 12 Stunden, habe ich jetzt hier schon, ja, nur einen weggefahren, und jetzt kaufe ich den Däscher, jetzt sind wir uns den Däscher dran, dann muss ich ja noch mal ein paar Mal, ein paar Mal, ähm, ja, natürlich, war klar, der Grundtag ist schon wieder voll, dann wartest du halt mit deinem Grundtag, wie ich sie soweit bin, denn, du glaubst ja nicht, deswegen, die jetzt hier, als Schienen liegen lassen, das sind, ich muss jetzt erstmal den Däscher da hoch bringen, das machen, aber dann machen, so, und, ähm, ja, ich kenne die jetzt auch schon, aber, die ist noch die ganze Ende drauf, ne, die ist noch die ganze Ende drauf, wo ist mein Feld, jetzt hier überhaupt 15, ist das, ist das hier 15, ist das hier 15, ist das hier 15, ist ja wie ja, das müsste 15 sein, dann müsste ich dann mal nach vorne hinfahren, dann war das, das ist hier, ein riesen Feld, das ist ein riesen Feld, der sieht, ne, ich wollte ja nicht, ich wollte nicht, ihr wollt ja nicht, dann, wir müssen nochmal spüren, und dann, das ist dann nicht mehr so weiter runterfallen, das sind so heimkommen, das ist halt so, ist hier, ok, und der ist jetzt immer noch, Es hat immer noch keine Hände geholfen, keine tolle Hände geholfen, ich könnte den zwar schön abwenden, aber ich möchte das machen. Ich mache das einfach, auch wenn der Atrag vielleicht nicht so hoch ist, aber ich bin Typ Ungeduld. Also, einmal absinken. Ja, wohin denn damit? Ich komme da sowieso nicht weiter. Also, einfach Marsch. Okay, dann fangen wir jetzt mal zum anderen hier hin, dann zu dem nicht. Zudem fangen wir jetzt hin, wieder größer zu unten hängen, da steht er wieder, wieder dann kommt der Nummer und GTV auf der anderen Seite. Also, es ist mehr vor allem, dass es da unten auf der anderen Seite steht. Aber es liegt ja in der Größe des Feldes. Also, das haben wir dann hier. Da sind wir okay, damit die 18 Tonnen fallen. Zumindest heute nochmal einen guten Pass für die Zukunft. 291, wieder auf den Speicher. Immer noch auf den Speicher. Heute fahren wir dann noch wieder hin. Dann fahren wir wieder wieder hin. Und dann ist der andere wahrscheinlich auch gleich voll. Dann könnte ich hier mit zwei Wochen fahren. Dann könnte ich hier noch nach Gula nachholen. Und dann fach ich einmal mit dem einen, morgen mit dem anderen. Aber wie? Wie ist denn nur, nur einen anderen haben wir geschaffen? Dünner habe ich noch gar nicht geschafft heute. Ja, ich hatte gegessen genug mit dem Thema Dünner zu tun. Das muss heute nicht wieder sein. Aber morgen ist ja wieder so viel. Das machen wir. Naja, ist egal. Also, Ruinerei soll ich schon da noch wegbringen. Also, jetzt haben wir 5.436 Tonnen. Ich bin bei 54 Tonnen. 54.000 Tonnen zu grüben. Habe ich jetzt abgeändert von dem Feld. Das müssen so knapp 15.000, 15.000 geben. Im Mittel. Bei denen bekomme ich einen guten Preis am Haffensprecher. 291. Der Preis sinkt zwar. Ja, aber ich meine, haben wir nochmal, jetzt habe ich da eine Fu wahrscheinlich. Immer 12 Tonnen oder so, genau weiß ich nicht. Und, ähm. Und, ähm. Das heißt, wir bauen jetzt wie Abbringung. Und, ähm. Und, ähm. Und, ähm. Und, ähm. 300. 300. Siehen wir bei. 289. So, 91 glaube ich. Dann sehen wir mal. Ja. Ja. Dann können wir mal sehen, wie der Preis besser ist, wenn wir da, wenn wir da schauen. haben. Also. Wie geht es jetzt weiter hier? Ja. Da sind wir. Also, am Abspeichern. 90? Wir haben ca. Unterhaltung. Wir sind auch in der Zeit. Und, da haben wir wieder 5200. 15.000, 16.000. Aber ich hab da nun dazu bekommen verdient. Das ist ein guter Preis. Das ist ne gute Ernte. 15.000, nur an einem Feld, nur an dem Feld hinten, das ist super, soviel hole ich uns das Kernfeld aus, da habe ich jetzt auch viel Arbeit mit, aber dazu gehoben, verdient man halt so gut aus, gutes Geld, vielleicht sogar mal wie aus Kartoffeln, ne, muss man sehen, also, da habe ich jetzt 54.000 Tonnen und das passt jetzt 15.000, ja, vielleicht gibt es normalerweise weniger, aber vielleicht ein guter Palshutte, ein guter Teig, okay, da habe ich jetzt noch, noch mal was, ich bin da nicht durch, da bin ich noch eine Fuge wahrscheinlich, wenn ich jetzt komme, ist der Grundtank schon wieder voll, der andere ist der Grundtank oben, der wird auch bald voll sein, aber da können wir nicht viel machen, dann müssen wir mit dem Grundtank vielleicht zurückfahren zu, dann müssen wir gehen, 20 Uhr, jetzt ist es dunkel langsam, in den Affen Geschwindigkeit wird das dunkel hier, ja. Morgen ist auch noch ein Tag, also heute nicht geerntet ging, ging morgen geerntet und wenn dann riechtend ja, dann nehmen wir mal das Rest mehr hin. Dann sind wir wieder voll, der wartet wieder hier auf mich und dann fangen wir mal da an. Dann fangen wir den Auffall, 4, 6, 7 Tonnen, ich schau dir dreimal, bringt es 20 Stunden, das fällt, mit zu berühren. Und das, das bin ich immer noch nicht voll. Okay, aber ich kann die Farbe malen. Was macht der andere da oben? Der jetzt hier, der hat drunter die Hand, das ist okay. Die zweite Reihe. Was macht der? Die Hände, das gefällt, die ich komplett abknüpft. Die zweite Reihe. Das ist aber schon ganz schön jetzt hier. Wo das jetzt nicht so viel Ende war. Das war nicht so und äh, wir haben das Fett noch gar nicht komplett abgeerntet. Also die andere Hilfe hat, wie der Grundtank, der nervt mich, der ist im Hirn. Der nicht, der da hinten. Also, ich mache jetzt ein paar Momente. Also ich mache das. Ich mache das hier und ich mache das hier und die andere hier jetzt. Ich mache das hier und ich mache das hier. In dem Sinne von Mal sehen, dass er hier dunkel da drunter kommt und schauen wir mal, ob das dann reicht. Sollte reichen? Okay. Schaffen wir. Und sie. Das war das vierte Mal, auch schon wieder zwölfstund und schon wieder unglaublich, was sie hier einfährt. Das ist ja nicht voll. Da schaffst du noch eine Runde. Dann haben wir. Da schaffst du noch eine Runde haben. Und was hat hier, wie dieser Preis ist für Naturgrüben? Tausend. Da habe ich beim Reisoren, habe ich für so einen guten Preis, aber sonst so nix hier. Da steigt der Preis wieder, jedenfalls beim Reisoren. Ja, ist mir zu wenig, machen wir noch nicht. Und da zurück oben 233 Kartoffeln. Ok. Naar 21��. 920. Genau. Das ist das оно in der Grund. Die Mom, wager auf, guten Ball xem, was er da? Ihn, die Showmeier sind. Was sind wir da, erst dann? Wir haben hier die Yoga-Bohnen, da hab ich 10.000 von drin, am 4.319 nicht, aber wenn der Pfeifer schreibt, okay, ich muss drüber nachdenken, okay, ich gebe jetzt die Wattes, FF hat einen Bonkontank, weiß ich nicht, ne, da oben sind wir, ja, schon wieder, tatsächlich hat schon wieder einen Bonkontank, ich glaube es denn nicht, also, ich muss jetzt hier mal wieder mit dem nicht, mit dem muss ich losfahren, wo muss ich denn fahren, wo steht der mit seinem Bonkontank, ja, wo ist nichts, hier, wo steht, das steht, hier muss ich wiederum fahren, wo steht das in der Unterfahnen, das wird, und dann, dann lasst wir den nächsten, und, ich hoffe das, ich hoffe das nicht, ich hoffe das nicht, ich hoffe das nicht momentan, dann, also muss ich wieder runterdrehen, muss ich wieder runterdrehen, stoppen, mal stoppen, wir sind hier, drunter, komm mal, ich bin mal hier, ich komme nicht drunter hier, was ist los hier, ich fang nicht gerade genug, ich habe hier zwar voll im Mund, aber, ich muss hier weiter, wo die gerade drin fahren, wo gerade muss ich runterfallen, haben wir jetzt ein Liter bekommen, jetzt habe ich den, jetzt habe ich den, genau, und, ja, also, sind wir 汪, da wird, auf jeden Fall drin können, dann 뭐 wie ja unten tun und, wo wo haben meine Mümmer, sagen wir đi случае, nummer, ich komme näher zu meinem Schönefon, hier machen wir jetzt auch. Okay, dann machen wir das jetzt, machen wir die Aktivität jetzt hier zum Meisterung weg. Und dann, ja, dann fangen wir zum Meisterung an. Ich habe jetzt zwar keinen guten Weißführer, aber wir haben nicht auf euch zu fallen. Also, 21 Uhr und immer noch nicht. Das ist jetzt die vierte Fuhre. Und davon kriege ich vielleicht, vielleicht 3.000 bis 4.000 Euro nur. Und dann haben wir gleich noch ein bisschen was übrig. Und den lässt erstmal in der Herde. Den lassen wir da, wo er ist. Und oben haben wir jetzt auch noch eine Herde, ne? Und dann kann ich mal den Herde nach Hause schicken, wo sie sich den unterholen. Die fangen wir jetzt mal ein. Dann fangen wir jetzt mal ein. Und dann fange ich die Hand ab. So. So, wenn ich die Dückgröben abnehme, dann machen wir. Und der F1 hat die Arbeit der V5 beendet. Okay, so gut. Sehr gut. Und dieging vierte 2300. Okay, dann fangen wir jetzt damit ab. Welcher mehr ist denn jetzt wer? FF. Jetzt kommen wir wieder zurück. Ist der FF jetzt der oben mit dem Fleisch arbeitet oder der jetzt hier? Ja, aber das weiß ich nicht so genau. Schauen wir mal. Dann schauen wir jetzt mal gleich, ne? Wenn man heute verarmt. Schon wieder 14 Stunden hier unterwegs. Ja, 16 Stunden. Das war jetzt mal gleich. Also. Dünn aber, oder? Keine weggebracht und nichts. Keine Eier. Mann um Mann. Also in Zukunft die Altmische in Atem. Das sieht aus. Die Fertisch scheint so in der Welt oder generell. Die Altmische in Atem. Das ist auch eine große Worte. Der Ort. 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 Also gehen wir mal kurz rüber, das ist einfach, da habe ich jetzt zwei drin, der andere drinnen, wenn ich die abbleiben, so ausfallen, aber es halt natürlich nicht fein, ich habe raus, dann fallen wir so aus, so, wie tun wir nicht, noch nicht, noch nicht bitte, also der Hausnicht, manchmal die wir jetzt noch wegfallen, die wir jetzt noch wegfallen, und dann, die zwei drin, die zwei drin, die viele Feine waren, natürlich, auch wenn das weitergehen, dann haben wir, die Dienwache, also, wenn wir die Dienwache nicht, die Dienwache, die wir jetzt hier hin, Dann ist es noch ein bisschen, dann können wir es auch noch ein bisschen loswerfen. Dann können wir es auch noch mal sehen. Jetzt werden wir es auch noch mal sehen. immer so, wie so, dann muss ich jetzt hier einmal umfallen, damit ich da das Fett kümmer, damit ich da, falls einer beenden kann, schau mal, dann fahre ich hier so um, dann fahre ich hier so um, und wenn ich hier umfahre, kann ich vielleicht hier nicht mal absenken, dann kann ich hier ja nicht mal, ok, dann nehmen wir die Kartoffel hier in der Mitte, die verschwinden wir dann auch nicht, ok, ok, dann haben wir die, die wir in der Nähe, ok, die Länge sind immer wieder in, und, also, es kommt hier, es kommt, dann fahre ich hier vielleicht hier oben, dann fahre ich hier ein bisschen drin, dann fahre ich da wieder an, dann fahre ich hier die zweite Runde, fahre ich die zweite Runde ab, dann fahre ich die zweite Runde ab, und, ähm, so, dann fahre ich mal, dann fahre ich das, ok, aber wann habe ich ganz gut gemacht? Dann brauche ich dann so etwas runter. Ich gehe nochmal 6.7 zusammen. Dann gehe ich nochmal 6.7. Dann kann ich dann morgen das Fett hier und fang das Fett. Okay. 4.000. Dann komme ich hier runter wieder. Auf die Nummer runter. Auf die Nummer runter. Auf die Nummer runter. Das war so. Dann komme ich wieder ein. Stopp jetzt. Dann schiebe ich auf. Und die Nummer wieder einfallen. Dann fang ich wieder runter. Dann fang ich wieder runter. Einschalten. Unmarsch. 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 Ete drauf. Wenn du keine Stücke hast. Das geht jetzt nicht so schnell. Also. Er kommt aber, er fährt hier Schenken Tempo, er fährt Schenken Tempo, aber soll machen Hauptsache nicht die Ende mit. Eine Zahlung für früher, für oben oder wie? Heute muss ich mal hier, einfach das bauen wir nicht mehr. Dann brauchst du nicht mehr, brauchst du nicht mehr, brauchst du nicht mehr machen. Und ähm, der Tank ist voll, gehen, ähm, der Tank ist voll und den fahr ich am Morgen weg. Okay, dann haben wir jetzt weg. Wo sind wir jetzt hier, sehen wir. Da sind wir weiter. Haben wir weiter, schieb für vor. Wir wollen doch, das wird fein. Geinschalten, dann fein. Okay, dann haben wir hier gleich auch von 3600. Noch mal ein bisschen mit. Hm. 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 Und dann fangen wir hier runter, dann fangen wir hier runter und dann. Und dann fangen wir hier an. Dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Dann fangen wir an. Dann fangen wir eine weiter. Und dann fangen wir die einen. Dann fangen wir die Eier noch ab. Dann fangen wir die sechs noch mal zusammen. Dann fangen wir sie schon. Dann fangen wir sie gleich. Da sind sie, ok, können wir den Ohr auspannen, wo ist das Ohr auspannen, auf der Seite, geht das nächste Mal weiter vorbei, da stehen wir genau parallelen, die können ich hier nicht verauspannen, brauchen wir kein Licht mehr, haben wir keine Hilfe mehr, keine Hilfe aus, so, wir fahren nach unten und dann fahren wir hier hin, aber die Möglichkeit, die Schleuchzeuge, die Schleuchzeuge, die Faktion ist, das kann Das kann ich fest. Okay, damit haben wir heute das Thema erledigt, Rüben, da habe ich also 54.000 und Nummer 6.000, das heißt 60 Tonnen, 60 Tonnen habe ich hier verkauft und dann kommen wir jetzt hier, ich gehöre dann die Sätze stellen, die brauche ich nicht mehr, da hat dann die Schuldigkeit getan, da hat dann die Schuldigkeit getan, jetzt hier, kommt die jetzt hier drin, und die, hey, das ist der falsche, das ist der falsche, das ist der falsche, das ist der falsche, okay, mit dem fahre ich jetzt erst mal zum Ressorten oder mache ich das morgen, dann gebe ich sie weg, dann fahre ich mit dem zum Ressorten, und dann fahre ich nochmal 6 Tonnen zum Ressorten, freut er sich auch, dass er einen guten Preis kriegt, was bekomme ich, 2 Tonnen vielleicht, wenn ich Glück habe, 5, 6, 7 Tonnen, für 6 Tonnen, da bekomme ich was, 6 habe ich sogar, für 6 Tonnen, das ist so 8 bis 2 Tonnen gegeben, okay, also, um schon an 1 Uhr 27 bin ich ja bekrobt hier, 1 Uhr 27 in der Nacht, ich fahre und fahre jetzt hier ein bisschen in die Nacht hinein, das ist ja 18 Stunden, oder was, weiter bin ich 16 Juni, da bin ich ja, bei 6 Tonnen, wenn ich eine Schoensäße habe, das ist ja gut, ich habe die nächste Nacht hier, also, das ist ja bei 6 Tonnen, das ist ja 7 Tonnen, also, die sind ja zur Sabbath, in die nächste Nacht hier, okay, 14 Minuten, ihr wartet, Ihr wartet den Batterie leer und den Kummer jetzt hier mal runterfahren. Das heißt, warum muss ich gleich als Herzens die Eier quasi machen, Dühner und Wetter. Dann muss ich das Feld kobern oder das Feld kobern, ja, dann setzt die Ölsaat rüber und auf die Ölsaat kommt dann, äh, kommt dann was, auf die Ölsaat kommt dann, äh, kommt dann, äh, vielleicht so, der Boden oder was anderes. Dann, schicht jetzt, äh, ich hab ja, schicht jetzt, äh, ich hab ja, so, krein, dann am, äh, ich mach, ich hab ja, dann, äh, wir sind ab, Und dann möchte ich jetzt das zu dem hin, die möchte ich ja mitnehmen. Ich habe aber hier die halbe Wiese, die mir noch gehört. Jetzt könnte ich noch hier hochfahren, den Wald arbeiten lassen. Das heißt zurückgeben oder ich mach das morgen. Das scheint gut zu werden. Okay. Und hier waren wir, okay. Wie waren wir denn? Und hier waren wir wirklich. Und dann... Ja. Also... Das ist der blaue. Brauche ich nicht. Das ist der rot oder der gelbe. Brauche ich auch nicht. Wo steht denn jetzt hier eigentlich? Ein Kartoffel gerade hier. Da steht der. Die möchte ich jetzt wieder runterfahren. Wo steht ich jetzt hier? Kenn ich nicht mal im Moment. Da möchte ich nämlich... Ich nehme jetzt jetzt mal wieder... Hier vom Bett runterfahren. Und das ist dann... Vielleicht hier nach hinten... Hinkriege wo der hin soll. Hier hin. Ich stelle den. Hier zu sehen. Dann muss ich den hinstellen. Ich stelle den vorher auch. Okay. Dann zähl ich den hier. Dann fahre ich das oben rein. Einmal oben reinfallen. Und dann passt das. Dann hänge ich ihn ab. Okay. Okay. Was können wir jetzt noch machen heute? Ich könnte das Feld jetzt noch... Mal fügen mit uns. Da hat er so. Also soll ich das mal oben machen. Ich werde hier jetzt in den Achterpalten. Okay. Machen wir hier nochmal. Das war nichts. Das war nichts. Also... Auf ein neues... Also die Nachtarbeit ist es vielleicht auch nicht hier in meinem Zeichen. Also zum Beispiel... Okay. In denjenigen... In der frühen Neuesatbank... Würde das Milch machen. Aber wir haben nicht mehr genug Dürerblatt drunter. Und so... Ähm... Ich möchte jetzt mal wegziehen. Ölertisch muss ich hier sehen. Und dann möchte ich vielleicht... Dass ich den Ölertisch auch nochmal... nochmal nachfüllen, ne. Wenn ich den nicht hier nachfüllen... habe ich den Tank... Den Tank... Hier habe ich den Tank stehen... Mit dem... Mit dem Zeug... Und jetzt hier mal Ölertisch... Und jetzt hier mal Ölertisch... Einfüllen... Dann sollte das gehen... Der hat das schon gemacht... Der... Dann können wir mal... Den Ölertisch... Nachfahren... Tausendstück... War nix... Hat der wenig weggeschluckt... Hier... Gar nix... Okay... Dann fangen wir mal... Darüber... Dann können wir das ansetzen... Und ähm... Der kann ja auch nachts arbeiten... Wie war das? War also schon, ne? War also schon... Also nehmen wir sie auf... Denk ich schon... Dann können wir mal... Den einschalten... Abschalten... Die nächste Maschine... Macht er nicht... Warum nicht... Und jetzt... Macht er 17 Meter auf... Und ähm... Jetzt fährt er... Okay... Jetzt fährt er also... Die... 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 fahren nach unten und dann die Hühner mit füttern. Ich muss die ganze Nacht durchmachen, irgendwie. Also, ich möchte Feierabend machen. Okay, Leute, mach ich mal Feierabendschutz. Was haben wir jetzt für die Momentum? Ich muss mal sehen, wie die Blackout ist. Also, heute 95.000. 13.07 haben Konto. Das war schon der Teil von gestern. Jetzt haben wir so 20.000 Einnahmen durch Ante und durch Bein Null. Ja, okay, jetzt haben wir schon zwei in der Nacht. Ich muss in vier Stunden ruhig aufstehen und dann weiterarbeiten. Mann, oh Mann, das ist ja ja Arbeit. Also, heute hab ich einen 20-Stunden-Tag. Jetzt hab ich das Fett da oben gekauft, aber das kann ich nicht? Ich werde jetzt eine Fett da oben. Dann hab ich ja gedacht, dass ich eine Okay, das ist 10,000 Fingern, das ist 6,000. Okay, das ist ein bisschen. Okay, das ist meine Anweisungen, die ich jetzt schon hatte.